Wenn ich nachts nicht schlafen kann, schau ich gern beim Fenster raus und ich sehe mir die Straße an oder vis-à-vis das Haus. Das ist das Achterhaus und es ist wirklich sonderbar. Ich wollte es einmal schon beschreiben, aber dann ließ ich es bleiben, denn vielleicht war es gar nicht wahr. Aus einem Fenster kommt jede Nacht ein fahler Schein und wenn man sich etwas streckt, sieht man in den Raum hinein. Und was da drin geschieht, ach, wer hätte das geglaubt? Ist das legal, ist das normal? Zwei alte Tanten tanzen Tango, mitten in der Nacht. Warum auch nicht? Wir hätten sonst die Nacht nur schlaflos zugebracht. Wie diese Engeln sich nur schlängeln und schmiegen Bein an Bein. Jeder Schritt muss bei dem Rhythmus ein Vergnügen sein. Und rings umher, da ist es Finster, schwach nur grinst das Morgenrot. Da mit Migränen gehen, Tränen stöhnt man erwacht. In den Spelunken wird getrunken und der Bäcker backt das Brot. Zwei alte Tanten tanzen Tango, mitten in der Nacht. Mitten in der, 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 mitten in der Nacht.